Ein bisschen über die Kilometer von hier und hätte einen kleinen Elektriker gelernt. Aber damals musste man bezahlen für eine Lehrstelle und das hat sich die Familie nicht leisten können. Und so hat er dann gar keine Möglichkeit gehabt zu einer Ausbildung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Grüne drinnen war eine Buchpresse und dieses Rad war eine ganze Scheibe, das hat alles mit der Hand ausgeschnitten. Die ganzen 23 Jahre haben an seiner Maschine gebautes Souvenir, mit dem sie ein Mittelteil nachbaut. Da haben wir eine Radkappe von Jaguar. Oben rundherum sind vier Gebläse von Porsche. Das Grüne ist ein Windrad.